Richtig viele Gründungsgeschichten haben hier am Hasso-Plattner-Institut bereits begonnen. Und das ist kein Zufall, denn hier am HPI spielen unternehmerisches Denken und Handeln eine wirklich wichtige Rolle. Mein Name ist Frank Pavicek und ich leite hier am HPI die School of Entrepreneurship. Das HPI ist ein Ort, an dem digitale Technologien für die Praxis gedacht, erforscht und umgesetzt werden. Die Rahmenbedingungen hier machen es leicht, Ideen nicht nur auf dem Papier zu denken, sondern sie Realität werden zu lassen. Und wir setzen auch diesem Ansatz auf. Wir begleiten alle am HPI, eigene Ideen parallel zum Studium oder zur Promotion zu verwirklichen und aus Ideen und Technologien Produkte und Unternehmen zu entwickeln. Dafür haben wir ein Portfolio von verschiedenen Angeboten entwickelt. Dazu gehören zum Beispiel Bootcamps. Da bringen wir Menschen unterschiedlicher Disziplinen zusammen und zeigen ihnen, wie man Ideen entwickelt und vor allen Dingen auch pitcht. Ein weiteres Format ist unser Inkubator-Programm, bei dem es vor allen Dingen darum geht, Produkte zu entwickeln. Denn das Denken in Produkten, die für Kunden und Märkte gedacht sind, ist ein zentrales Element, um später unternehmerisch erfolgreich zu sein. Mit unserem Businessplan-Wettbewerb motivieren wir dann die Teams dazu, sich zu trauen. Sich zu trauen, ihre Idee nach außen zu tragen und danach mit Unterstützung in die Tat umzusetzen. Wir bieten Flächen von flexiblen Tischen über Räume, bei denen die Teams bei uns im Ökosystem starten und wachsen können. Sie dienen damit auch als Vorbild für andere Studierende und zeigen, wie inspirierend die Reise als Unternehmerin oder Unternehmer sein kann. Für ein frisch gegründetes Start-up an Finanzierung zu kommen, ist oftmals sehr, sehr schwer. Über den HPE Seed Fund können die Teams frühphasig und sehr einfach die erste Finanzierung sichern, zu einem Zeitpunkt, wo Geld am Markt häufig noch nicht verfügbar ist. Gründerinnen und Gründer werden bei uns Teil eines inspirierenden Ökosystems. Aus vielen internationalen Partnern, Universitäten, Unternehmen, Wagniskapitalgebern und vielen, vielen anderen, die es braucht, um erfolgreich Ideen in den Markt zu bekommen und zu skalieren. Die Erfahrungen, die Studierende hier am HPI rund um das Thema Gründung sammeln, sollen nachhaltig sein. Denn die Notwendigkeit, sich einmal 360 Grad mit allen Fragen und Herausforderungen zu beschäftigen, prägt einen für das spätere Leben. Und egal, ob man ein Start-up gründet oder in einem Unternehmen arbeitet, dieses Denken und Handeln lässt einen nie wieder los. und verschieben. Das ist ein Weiteren. Sollte. Ich bin aber um das Thema Gründer. Ich bin aber auch noch ein St issues. Aber ich habe das Thema Gründer.